Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich die Hypnotica von Blackbox für euch. Eine 10 Schuss Batterie, gehört auf jeden Fall auch zu meinen Lieblingsbatterien. Hat sehr schöne Goldbrokatronen mit roten Blinkern, ist wirklich ein sehr schöner Effekt, finde ich. NM hat das Ganze 132 Gramm, also 13,2 Gramm pro Schuss. Ja, würde ich sagen, viel Spaß. So, dann zünden wir jetzt die Hypnotica. Wir mussten erstmal nach der Zündstunde suchen, weil die irgendwie nicht da war, wo sie sein sollte. Sondern ein bisschen zu seitlich, aber wir haben sie letztendlich doch gefunden. Also alles gut. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Zündung. So, das war die Hypnotica von Blackbox. Eine wirklich sehr, sehr schöne Batterie mit goldenen Kokosnusspalmen und roten Blinkern. Ich mag sie, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Diese Erleger haben mir sehr gut gefallen. Ich habe eine sehr schöne Größe am Himmel gehabt und auch die Standzeit war wirklich gut. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.